Das Apex Spine Center bietet eine sichere und komplikationsarme Operationsmethode zur Behandlung von Bandscheibenvorfällen in der Halswirbelsäule. Bei der percutanen Bandscheibenoperation wird seitlich der Luftröhre unter Röntgenkontrolle eine dünne Sonde in die betroffene Bandscheibe eingeführt. In einigen Fällen ist es notwendig, den Bandscheibenkern mit Hilfe eines Enzyms zu verkleinern, um so den Heilungsprozess zu unterstützen. Anschließend wird ein dünner Kanal geschaffen, durch den eine Führungshülse bis kurz vor den Bandscheibenvorfall vorgeschoben wird. Durch diese Führungshülse wird nun mittels einer kleinen Fasszange das hervorgetretene Bandscheibengewebe entfernt. Die Schmerzen lassen praktisch sofort nach. Die Operation erfolgt unter örtlicher Betäubung. Der Eingriff dauert etwa 30 bis 45 Minuten.